Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Akinos, die 2.5 in der Videobeschreibung haben wir noch zwei Finalmix und das Part haben jetzt Sigma und Luxord fertig gemacht und wollen jetzt anscheinend den nächsten Orga 13 kaputt hauen. Ja, we saw it! Wettbewerb Hi Sykes! Oder wie gesagt Spammer Reno Weil der spammt wirklich seine Attacken So Hi Sykes Und ja das ist mein zweiter Kampf gegen ihn, weil eben ist meine Aufnahme komplett zusammengebrochen So, drehst mein Schwert in deinen Kopf rein So Komm, komm! Schau dir deinen Bersacker wieder weg Oh das hätte ein Dreck Kill werden können Dürfst du auch wieder raus? Danke Move aside! Ja, move du aside So Boom 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 Team Aber das ist verrückt. Ich habe niemals einen Hör... Oh, genau. Es war dann, wenn du mir kam, um mich zu retten. Er war derjenige. Xemnas war derjenige, der den Raxus gefunden hat. Er konnte die Kabel benutzen, weil er dein Niemann ist. Das ist deshalb, dass Xemnas ihn in die Organisation gebracht hat. Aber Raxus ihn verletzte. Nachdem ich ihn verletzte, weil ich dachte, dass du dich wundernst. Ich verletzte. Aber die nächsten Mal, ich habe sicher, dass ich das stärker war. Du hast die Kabel bezogen. Ich weiß nicht, ob ich das stärker war. Ich habe ihn gefordert. Isten, wird der Kabel der Kabel verdienen. Und er hat sich auch in der Kabel ausgewertet. Gud! Maaf! Ach! D�? Machen! Da, ich würde mich an. Warum kannst du nicht aufhören? Komm schon, Zora! Ich dachte, dass du stärker bist als das! Huh? Seh mal! Schau, welcher von uns ist gewinnen! So ist es wahr. Du bist wirklich sein, Nöbode. Ich dachte, Diz war richtig. Was bist du? Ich bin ich! Nöbode anderes! Wie viele Mal muss ich dich beschweren? Alles klar. Du hast mich keine andere Wahl. Was? Ich muss die Macht in meinem Herz. Die dunkle Macht, die ich zurückgehalten habe. Auch wenn es mich immer wieder verändert. Ich komme nicht mehr mit dem Gefangenen. Ich habe es akzeptiert. Diz, he could feel Sora. Oh, he told you how he felt today. Ridiculous. And nobody cannot feel anything. If he had met Sora, things might have been different. Maybe I didn't need to fight him after all. I think he left the organization because he really wanted to meet you. Roxas. I wish I could meet him too. Alright, let's go. Let's go. Und wir können wieder speichern. Aber. Ich stehe hier drauf. Sicherheit. Ich will nicht, dass es steht. Ich habe auch keine Lust, dass die Aufnahme nachher verkauft. Und wir kriegen nur noch ein HP-Upgrade. Das ist ein Jimmy-Dies-Teilbooter neu. Ach, Charaktere und so. Ja. Was? Karten? Aber hier ist nichts Neues. Oder? Oder? Einmal ein! Oder? 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 Da 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 So, okay. Anson? Hahaha. Hahaha. I'm a fool. I spent years studying the workings of the heart. Yet it seems I still haven't learned a thing. What do you mean? The process of encoding hearts is incalculable. The inhabitants of my Twilight Town were data created from real hearts. I was convinced that they would think and behave the way I had envisioned, but I couldn't have been more wrong. A heart is so much more than any system. I saw it when Roxas and Kyrie crossed paths. I knew that I was too stubborn to accept it. It's always the same. I try to wrap my mind around things my heart already knows, only to fail. While I was trying to bring Sora back, I had so many plans in store. But once Sora was an acting force, they fell apart. All my research amounted to nothing compared with that one boy's heart. Anson, a machine! All the more proof that hearts cannot be contained by data. Run, my friend. It's going to self-destruct and anything could happen. What? Your Majesty! Sora, the rest is up to you. And Roxas, I doubt you can hear me, but I am sorry. Anson! My heart is telling me what I must do. Please allow me to do what it says. No! Riku! His heart's decided. We can't change that. I was wondering who would dare interfere with my kingdom hearts. And look, here you all are. How convenient for me. Anson, the wise. You look pathetic. Have your love. I deserve as much for failing to see you for the fool you are. Students do take after their teachers. Only a fool would be your apprentice. After all, none of this would have happened without you. You are the source of all heartless. It was your research that inspired me to go further than you ever dared. I admit, my disregard brought chaos to more worlds than one. But what were you seeking? You erased me from the world, only to take my name and continue research better left forgotten. Is this the answer you've been looking for? All that and more. I'm carrying on what you yourself began. And I'm creating a brand new world, one heart at a time. I thought you'd praise me, but all you ever do is hold me back. I understand, though. Unlike me, you have a heart. And you're powerless to control it. Consumed by the jealousy you feel toward the student who surpassed you. Xehanort, foolish apprentice of a foolish man. You have surpassed nothing. Only proved how little we both know. We may profess to know the heart, but its essence is beyond our reach. We're both ignorant, as oblivious as when we began. I'm afraid that any world you try to create, any world of yours would be an empire of ignorance. That is why you and your creation are destined to fall. We've said enough. Rico, you know what to do. King Mickey, my friend, forgive me. Farewell. King Mickey, my friend, look coming out! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Riku 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 Ansem did say anything could happen Riku 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 Riku